Columbia Thread Needle Investments ist eine wahrhaft globale Organisation und verfügt über Niederlassungen in Asien, Europa und den USA. Unser Büro in Deutschland gibt es schon seit mehr als 20 Jahren. Unsere Anlagephilosophie folgt einer zunehmend globalen Perspektive. Ist es allen Investoren bewusst, dass es sich auf Investments in den USA oder Europa auswirken kann, wenn man die Ereignisse in der Ukraine analysiert? Einigen wahrscheinlich nicht. Und genau deshalb müssen wir in der Lage sein, global zu denken. Und um dies zu erreichen, gilt es, unsere Ressourcen sinnvoll auf der ganzen Welt zu verteilen. Bei Columbia Thread Needle Investments bezeichnen wir unseren Ansatz als perspektivischen Vorteil. Das bedeutet, dass wir uns die Investments vor Ort anschauen, denn es ist uns wichtig zu verstehen, wie diese von der globalen Wirtschaft beeinflusst werden können. Wenn wir uns in einer bestimmten Region mit Zentralbanken, Branchenexperten oder Unternehmen austauschen, dann tragen diese einzelnen Informationen dazu bei, unser makroökonomisches Gesamtbild zu vervollständigen. Der größte Vorteil einer globalen Ausrichtung besteht in der Fähigkeit, Probleme vorhersehen und schnell auf diese reagieren zu können. Der Markt unterliegt einem rasanten Wandel und der weltweite Wettbewerb ist unverändert stark. Möchte man die Ineffizienzen nutzen, die mit Marktverwerfungen einhergehen, dann muss man in der Lage sein, schnell zu reagieren und komplexe Probleme aus einer globalen Perspektive zu betrachten. Wir sind der Ansicht, dass wir diese Perspektive haben, denn wir investieren in alle Anlageklassen und das überall auf dem Globus. Wir verfügen über Experten, die sich mit jeder einzelnen Anlageklasse in jedem Teil der Welt beschäftigen. Wenn also zum Beispiel im Nahen Osten, in Asien oder in den USA etwas passiert, dann können wir dank unserer lokalen Ressourcen schnell reagieren, wovon am Ende alle unsere Anleger global profitieren. Schlussendlich besteht unsere Aufgabe vor allem darin, die Ziele unserer Kunden zu erreichen. Ihr Erfolg ist unsere Priorität. Diesem Anspruch müssen wir gerecht werden. Ob Menschen den Ruhestand anstreben oder ob ein Unternehmen seinen Verbindlichkeiten aus einem Pensionsplan nachkommen muss, wir stehen bereit, um bei der erfolgreichen Umsetzung dieser Vorhaben zu helfen. Denn unsere oberste Priorität ist und bleibt der Erfolg unserer Kunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.